Warum killt er dich nicht? Er hat dich killen können. Ja! Oh, nice! Geil, okay. Ein Game noch, oh mein Gott. Wir sind ein Game, warte mal, ein Pokal, ne, zwei Pokale. Oh, ich auch. Perfekt, das kommt aber gleich auch. Jetzt einmal Zweiter werden, dann haben wir es beide sogar geschafft. Alter, come on. Bitte, jetzt, flawless, first try. Ich will jetzt hier nicht, ihr kennt das, Leute, selber. Ihr kennt das safe, wenn ihr irgendwie eine Grenze gerade überschreiten wollt. Es ist fast immer so, dass man dann struggelt, aber bitte, bitte, bitte. Es ist halt einfach ein safest, easy Game. Zack, sechs Pokale. Zack, tausend Pokale. Zack, let's go. Okay. Der Boxer Day. Sicher dir jetzt die letzten Tickets. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars. Ja, ich bringe es direkt rein in das Gameplay, was ich gerade vorher erspielt habe. Oh mein Gott. Vier Stunden dreißig haben wir gezockt. Es war so crazy, Leute. Gönnt euch das ganze Video bis zum Ende. Lasst jetzt schon mal unbedingt einen fetten Daumen noch um. Da, ich würde sagen, 15.000 Likes werden schon korrekt und lasst mal ein kostenloses Abo da. Und jetzt viel Spaß. 811 Pokale ist jetzt der Start. Ich bin mal gespannt, wie weit man kommt. Duo Showdown. Äh, ja, hab ich auf jeden Fall Bock. Let's go. Nice. Okay, mein Pinguin. Der zeigt mir den Weg. Ey, das ist geil. Das ist wirklich gut. Der zeigt auch immer den nächsten Gegner. Egal, ob die in Busch sind oder nicht. Ja. Vielleicht kann ich die Shelly so ein bisschen... Okay, da ist noch ein Carl drin. Also wir könnten eigentlich links unten die holen, ne? Dann sind wir schon mal safe zweiter. Mhm. Ja. Der Carl hat geöffnet. Wart mal, bis der hoffentlich öfter ist. Ja. Gute auch. Ja, schade. Okay, aber zweiter schon mal. Ja, das ist geil, äh, bei Mr. Piso. Die Leute können nicht so gut abhauen, weil am besten wäre es halt für die, wenn die dann auf mich zulaufen, wenn ich gerade auf die schieße, aber... Ja, oder man kann halt genau diesen Bouncer auch dodgen, also man kann genau unter dem stehen, aber das ist halt auch schwierig. Ja. Nein. Okay. Duo Showdown. Ah, Duo Showdown. Ja, genau, was du labelst. Killing, killing. Ja. Ich hatte keinen Schuss frei, aber... Kein Schuss frei, Junge. Ich bin auch maximal lost gerade. Ich weiß nicht, was ich rede. Egal, ob es oder wir gewinnen. Nice. Ja, okay. Dann lass dir einfach Sandwichen mal. Ja. Auf korrekter Basis. Let's go. Und jetzt wird's spannend. Boah, halt auch gestern vollhaltig. Ja. Nice, sehr schön. So wichtig. Und jetzt können wir den Next. Ja, Mann. Nice. Ey, das funktioniert. Sehr gut. Okay, plus sieben schon wieder. 831. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ja, ich auch. RIP. Danke, schade. Mord. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Was? Let's go, Digga. Starfall ist schon aktiviert. Lieb. So war das close. Oh mein Gott. Ja, wir müssen halt nur auch gucken, dass wir dann nicht gewippt werden von den anderen, während wir hier falten. Okay, sehr gut. Nice. Ah, ja, das ist immer der Fehler, wenn man dann wegläuft gegen Mr. P. Digga, da kriegst du so ein Damage. Der hat das auf jeden Fall gerade gespürt. Leute, bevor es jetzt weitergeht, noch ganz, ganz kurz Werbung für den Boxer Day in Frankfurt und in Berlin. Holt euch jetzt die Tickets, falls ihr noch keine habt und unbedingt vorbeikommen möchtet. Es wird richtig geil. Wir werden Megaboxen live auf der Bühne öffnen. Wir werden auch mit euch zocken. Jeder, der dort hinkommt, bekommt eine kostenlose, handsignierte Autogrammkarte von MarvinVlogged und mir. Und in Frankfurt sind sogar Clash Games und Lukas dabei. Also Leute, worauf wartet ihr? Holt euch die Tickets auf www.scheißboxer.shop Und es gibt noch ein paar von den Dosen, wollte ich noch Bescheid sagen. Also wer noch eine haben möchte, unbedingt. Ich glaube, es gibt noch aktuell 300 oder 400, also von 2500 sind schon fast alle weg. Auf jeden Fall, danke für den Support und jetzt geht's weiter. Oh nein! Ja, egal. Ich dachte, der Spawner kann mich ein bisschen deffen, aber irgendwie hat's nicht geklappt. Ja, wäre schön. Ja, egal. Auf jeden Fall Erster. Sieben Pokale. Oh, gleich schon 850. Das wäre dann schon mal neuer Highscore für den höchsten Brawler von mir. Nice. Ich bin tot, sollen wir noch auf die Cubes? Cool, ja. Also gut, wenn du das hast, dann Profi, ne? Ja, aber. Also ich dachte, der Finguin rett, nein, aber. Na ja, immerhin plus 6. Oh Gott, das wird jetzt richtig eckig. Ja, wir müssen trotzdem eigentlich nach unten, sonst sind wir gleich Glück. Ja. Nice. Ich habe ne Jean, den haben wir noch und dann sind wir eh schon prioriter Safe. Gut, dann haben wir auch noch Minus. Okay. Ja, eben. Das können wir auch noch gewinnen. Auf jeden. 8.000er Hit? Ach. Ich hab ein Reel Ding. Komm, ja! Let's go! Stark! Ey, obwohl wir eigentlich so einen miesen Start hatten, na ja, ging eigentlich, ja. Ja, manchmal beinert sich. Das bleibt auch noch. Übrigens auch ein riesengroßes Dankeschön an High First. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal seinen YouTube-Kanal abchecken, den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Lasst uns mal auf Ehre einfach kurz ein kostenloses Abo da und dann schaut das Video wieder weiter. Ist auf jeden Fall korrekt, dass er mir da geholfen hat. Und ja, viel Spaß! Ja, äh, äh, komm! Das ist gut. Nice! Sehr stark! Warte! Stark! Oh mein Gott, Digga! Komm, wir müssen uns irgendwie noch wollen. Oh, das ist jetzt belastet. Ja, ist gut. Komm, 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 komm! Let's go! Yes! Alter! Das war eine richtig krasse Runde. Sehr, sehr stark. Oh, Brawl TV. Ach, und Crow und Mr. P hier rechts. Oh ja, die kriegen... Oh, Crow down. Mortis holt sich den Q, okay. Ja, er verkackt so ein bisschen. Komm, komm, komm! Let's go, let's go! Mich nicht zu dir, die kommen wieder runter. Ja. Die machen uns hin zu zweit. Junge, dieser Drecks-Pinguin, Alter! Oh mein Gott, der Pool! Oh, fuck! Einen Hit hab ich gebraucht. Ich hab ihn. Ja, gut. Das war's, krass. Ein Hitzerweig. Ich hab ihn einfach... Ja, egal. Trotzdem, bloß, alles easy. Ja, ach so, okay. Oh Gott. Schade, egal, zweiter. Ja! Geht aus. Nice, nice. Oh, 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 oh. Das war ein bisschen zu greedy, aber solltest du haben. Ja, das fand ich. Oh, sehr schön. Hey, jetzt geht's gut voran. Und... Plus 7 und 896. 92. Let's go. Let's go. Nice. Pieper gleich da. Ja. Richtig. Okay. Nice. Man hat's gemacht, Alter. Korrekt. 900 Pokale schon mal gereached. Muss ich ehrlich sagen. Bis jetzt hat's echt bis auf 2 Loose, glaube ich, sehr gut funktioniert. Also, auf jeden Fall nicht schlecht. 900 Pokale schon mal aktueller Highscore von irgendeinem Brawler bei mir auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell wir es schaffen oder ob wir es überhaupt schaffen. Spawner ist da. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Alter, finde ich doch mit den Drehen. Nein, laber nicht. Doch, doch. Die drehen sich. Junge, ist das belastend, Alter. Komm, hört auf damit. Das ist doch nicht euer Ernst. Lass auf den, oder? Mit den, die sich gedreht mit denen hier nicht. Doch, die drehen sich alle mit denen. Das ist ja so belastend. Okay, warte. Links könnten wir einen Kill holen. Ja. Ja, muss ich. Dritter, oh ja. Immerhin. Als ob die dann jetzt auf uns gehen. Digga, das wäre jetzt so assi. Oh mein Gott. Dritter schon mal safe? Ja! Thanks God, man. Ja, schade. Das wäre ein Hit gewesen, aber hat leider nicht gereicht. Soll du letztendlich, ja, das wäre aber echt gut gewesen, haben wir jetzt sogar einen Hit mitbekommen. Ja. Das wäre es wieder voll gewesen. Egal, Zweiter ist auch nicht schlecht. Solange wir Plus machen, sechs Pokale wieder. Ich meine, was gibt erster Platz? Sieben, oder? Ja. Das wäre egal. Oh mein Gott. Ja, 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 Crowe fast tot. Über die Wand von uns, ja. Ah, ja. Ja, auf den Glebe. Jetzt komm auf den Glebe. Ja, ich bin unter. Nein. Oh ja. Okay, das wird close. Das wird close. Oh mein Gott. Let's go, komm. Schade. Oder? Nein. Belastet. Aber, komm, Zweiter geht. Geht klar. Jetzt geht's gut voran. 9,24. Das ist so belastet. Das ist so belastet. Ja, ja. Und dieses Scheiß-Dingens hat er überlebt. Oh Gott. Alter, tut das so. Runden. Komm, die glaub ich auch schon langsam. Oh, das ist sehr stark. Ja. Wir müssen nachher nach unten nach unten. Oh, fuck. Oh, fuck. Nicht nebeneinander stehen, weil du von oben am besten. Ich gehe von rechts. Okay. Okay. Ja, moin. Ja, gut ist es durch. Nice. Okay. Okay, das. Da kann es ja glücklich aufs Klo gehen. Ja. Dann mache ich das auch. Okay. Oh nein, Lex. Lex. Noch eine Krippe. Okay, Lex hat aufgehört. Ich bleib da einfach dran. Nein. Sehr gut. Nein. Nein. Das ist jetzt ein Witz. Das ist jetzt echt ein Witz. Nein. Oh, witz. Ey, es ist so lächerlich, ne? Ja, das hab ich's verkackt dann. Das ist verkackt. Ja. Junge, die waren auf 500. Okay, Digga. Oh, ich bin ja da am Anfang. Komm, 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 komm. Let's go! Nice. Und jetzt direkt der Nächste. Als ob der ersten Healings bekommt. Oh mein Gott. Ach, das wäre ja fast gut gewesen. Kro ist, glaube ich, oben in der Mitte. Ja. Nice try, Alter. Ich auch. Nice. Jetzt könnte er wieder Boba angefangen haben. Ja. 921. Digga, 5 Teams aber noch, ne? Also das wird eventuell Struggle 4, okay. Also minus 8 ist jetzt schon mal Worst Case. Ja. Das freut mich jetzt schon mal. Okay, wir sollten echt nicht in der Mitte fassen. Tick und Shelly, weil der Tick, der kann schon echt nerven. Tick soll auf andere aufgehend schlecht. Ja, ich möchte wie bei Hannah Games sehen. Ja, ist so. Okay, 3 Teams noch. Minus 3, Worst Case. Oben kämpfen die. Die Shelly ist fast tot. Shelly down. Ja. Okay, ich bin glaube ich auf Abstand. Ich könnte die Cubes zwar... Nee, nee, der versperrt mir den Weg. Sonst könnte ich die bald mal nehmen. Da liegen nämlich 3 Cubes. Okay, ich schieße es weiter drauf. Einfach auf den Tick. Let's go. Ich habe mir die Cubes gesnackt. Nice. Okay. Let's go. Nur noch Shelly. Okay, das sollte jetzt ein neuer Highscore sein. Nice. Oh, geil. Das schmeckt doch, wenn man hier so gewinnt. Mhm. Okay, 928. Oh. Level up auch am Start. Nice. Okay, sehr gut. Ey, jetzt geht es voran. Ohne Niederlage. Oder ohne Minus. Jetzt 4 Wins, ne? 934. Komm, let's go. Wir ziehen durch. Das war richtig mies. Ja. Das war richtig mies. Oh, nein. Nein, nein. Der Mortis. Oh, mein Gott. Alter. Junge. Alter, ich hatte gerade schon Angst, ne? Ich hatte gerade schon Angst. Ich glaube auch, ey. Oh ja, stark. Alter, das war richtig gut gespielt von dir. Der eine Move. Oh, nee. Sehr nice. Kacke. 49. Ey, es geht voran, Mann. Nice. Mhm. Setz noch nicht den Spawner. Oh, ja. Setz den weiter, das war ja alt. Oh, fuck. Ich dachte, setz den gleich oder ein Stück weiter nach oben. Jetzt kannst du den hier so hinsetzen, da hinten, die Säcke. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir das Control hier. Na, der hat Ulz mit vier Cubes. Ja, aber der kann nicht reinholen. Mhm. Bezüglich ist die, weil der Team mit der war auch nicht da. Oh, lol. Ja, das war ganz komisch. So, da muss ich jetzt auf den Zulaufen, weil wenn ich weglaufe, ist vorbei. Das ist halt die Taktik. Digga, überlebt einfach. Okay, komm. Wollen wir da in die Ecke, oder? Ja, warte, hier ist noch, die sind low hier drinnen. Ja, ich geh mal in die Mitte. Das sind Leon so low irgendwie. Oh, ja, Tick, sehr, sehr low. Ja, ja, aber das kann ich hier. Leon auch wieder Leon ist hier. Und unten links sind die anderen. Beziehungsweise, ja, einer ist unten links. Und Gene, okay, Crow ist noch mit Gene. Okay, Gene ist down. Leon ist ziemlich low. Oh mein Gott, belastet, Alter. Leon ist so low. Setz dein Ding, dein Pinguin. Okay, ist das jetzt nervig, ne? Ja, jetzt müssen wir noch hier um. Wir müssen eigentlich die anderen... Nein, der unten, der Spawn kam. Ich hab den hier unten geholt. Ich bin dort. Nein. RIP. RIP, Mann! Der unten hat gerade den Respawn gehabt. Schade. Oh, Brawl TV. Mhm. Oh, und Kisten geht auch klar. Nee. Mitte? Ja, nein, hier erst die Kiste. Mach du die, voll unten kommen. Und jetzt Mitte. Ja, geht er auf die Doppelkiste. Oh, nicht, läuft. Stark! Ja, jetzt einmal unten absichern und dann können wir aggressiv gehen. Kali down? Mhm. Die killen wir oder schieben wir sie nach links rüber. Nice. Oh, die sind auch schon sehr low. Mhm. Daryl in der Mitte. Der boostet weg. Vorne hier einmal weg. Daryl ist in der Mitte. Ja? Ja, dann komm, ja, lass so ein bisschen sehen, dass wir halt wieder die rechte Seite frei haben. Hier ist es jetzt hier und hier unten, hier unten. Also, das ist doch sehr gut. Ja. Schau, Leon. Bam. Oh, nein! Hast du das? Nee, das ist perfekt, ja. Okay, Achtung, Sandy, Old, die links, aber die sind relativ low. Ja. Also, ich will da trotzdem nicht rein, okay. Nee, die ist auch eh rausgerannt jetzt, aber trotzdem Abstand. Hier oben ist ein Geld oder so drin. Jetzt nicht mehr. Hier unten ist ein B. Oh mein Gott. Einfach aus. Ja, gut, ich sehe gut. Shout out. Links oben Spike, mate, respawned gleich, herzlichenweise. Aber, haben wir, nice, gute Runde. Jo. Ah, gleich 950, ein Win noch oder ein zweiter Platz? Okay. Wo sind die denn? Okay, oben, oben. Ja, ja, aber wenn du jetzt auf die Gäste hinterlässt, die müssen hier auf die. Shit, 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 shit. Ja. Setzt dann Dinge? Weißt? Ich muss da sein. Ich glaube, in den Gift, ich glaube, in den Gift. Das Gift, das Gift. Nein, nein. Sehr gut, okay. Das haben wir nochmal gut hier rausgeschafft. Ich hole die Cubes. Nice. Oh nein, nur noch der Daryl. Dann haben wir schon mal zwei, das Self. Digga, halt, nee, komm. Jetzt laber kein Bullshit, okay. Ich wäre so ausgerastet, ne? Hätten die uns denn zuerst geholt. Okay. Komm, ein Game, dann 59. 50. Ich bin zu inkompetent zu trinken, Alter. Ich habe mich gerade voll angeschüttet. Oh, Junge, bin ich dumm. Komm, let's go. Dann lassen wir rechts pushen. Oh ja, da ist er. Da ist er, okay. Der wird gepusht von allen gleichzeitig. Wo ist der Cube? Ja. Oh mein Gott. Sandy ist die rechte Bursch. Nice. Ja. Carl und Mr. P. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Komm. Irgendwie, die sind so low, oder? Ich sehe es nicht, aber... Ja, die sind super low. Der Carl, ey, so low. Let's go nach der Runde. Also dann die 950 schon mal. Oh mein Gott, ich habe probiert, dir zu helfen. Oh. Oh, belastet. Schade. Ja, egal, der eine Pokal. Den, äh, brauchen wir nicht unbedingt. Okay, Ragen, 29. 950. 50 Pokale fehlen noch, Leute. Holy. Alter, okay, weiter geht's. Ja, komm, wir schneiden den guten Weg ab. Leon macht es auf jeden Fall falsch, wenn er so wegläuft, aber gut für uns. Jetzt sind hier richtige Naps. Ja. Alter, wie schlecht sind die denn? Vielleicht wollen die uns mit Absicht gewinnen lassen, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall korrekt von mir. Oh, hier unten sind welche. Halt dich, halt dich, halt dich. Oh, oh, oh. Voll nicht mitgedacht, sorry. Das war ein bisschen riskant. Nicht hinterher, lass mich vor. Lass mich vor, du gehst. Nice. Stark. Sehr gut. Sehr schön. So kann es gerne weitergehen. 7 Pokale plus. 957, okay. Alter, das erste Mal hier 1000 stehen haben. Ey, das will ich unbedingt jetzt schaffen. Okay, die sind im Sandrips sogar. Oh, Crow, sehr low. Sollte ich haben? Nein. Hab ich. Hast du, sehr gut. Okay. Ach, lol. Ja, die sind hier gegen den Naps. Das ist der Mate vom Crow, den müssen wir wegkennen. Ja, aber ganz dringend. Junge. Ja. Nice. Okay, ich baue mal einen Spawner hier. Ja, äh... Und zwar, es war ein bisschen offensiv, aber egal. AFK? Ne, doch. Bisschen. Stark. Let's go. Jetzt ist es aber gut. Ich muss ein bisschen Attacken farmen. Ja, du musst da rauskommen vor allen Dingen. Ja, äh, äh. Ja, wobei... Ja gut, jetzt ist die halt debil. Doch, wir müssen hier raus, weil sonst kommen wir gar nicht mehr rein. Oh mein Gott. Ja, sehr guten Damage habe ich gemacht. Sehr stark. Ich bin tot. Nein. Das war belastend. Schade. 6 Pokale wieder. Hm. Lässt sich sehen, ne? So, 963. Okay, Nita, sehr low. Und... Die haben wir. Warte mal, wo sind denn die letzten? Unten. Unten links wahrscheinlich. Ja. Ich sehe den Mr. P. Oh mein Gott, ich hätte... Wow. Spawner, einfach reinstellen, ja. Komm, Pinguin, let's go. Ja. Der Pinguin. Korrekt, sehr gut. Ey, jetzt geht's gut voran. Wir schaffen das gleich. Komm, 30 Pokale noch. Alter, so weit war ich halt wirklich noch nie. Okay, komm, jetzt wollen wir den ersten Platz. Ach. Der Brawl TV. Wie, oh, und ein guter Start. Oh, oh, oh. Sehr guter Damage auf die beiden. Ja, komm. Wir haben die fast. Ich place mal hier hinten meinen Spawner. Nein, 10 HP. Oh mein Gott, hier ist der Crow, Leute. Ich wusste es nicht. Äh, ja, ja. Aber den kriegen wir. Gucken wir mal, ich meine, Pinguin ist auch da. Ja, let's go. Let's go. Yes. Nice. Komm, Spawner weg. Nee, egal. Jetzt hat er die Gems bekommen, also. Ah. 6. Okay. Die Jessie ist auch super low. Habe ich. Und ein Daryl mit vier Cubes. Kann man direkt machen. Der Pinguin ist da auch dran an dem. Ja, Mann, let's go. Sehr starke Runde. Ich wollte noch voll. Digga, wie schnell war die Runde gerade zu, also, ist ja noch nichts dran. Max, Max und Gene ist das. Oh. Macht halt super viel Schaden. Oh, holy. Stark. Nice. Nein, nein, nein. Nein. Oh, ja. Hast du. Stark. Ja. Okay, das war wichtig, weil der wird später echt gefährlich. Ja. Okay. Let's go. Deinemark links und mit Leon, die werden jetzt gesandwiched. Stark. Ja, komm. Nein, dass ich das gemisst habe. Dann dranbleiben, auf jeden Fall. Junge, ich treffe ihn aber nicht. Digga. Digga. Digga, egal. Digga, wir dürfen nicht zweiter werden. Nein, 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 auf. Jetzt mach keine Faxen, Mann, komm. Ja, wirklich, du bist. Nein, jetzt würde er auch kommen, der ist so super low, da unten auch. Komm. Ja, zweiter. Und drin anhäten? Zwei Sekunden. Ja, 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 du bist da. Ja. Ich betreide dich. Okay, ich bin tot. Oh, mein Gott. Ja, schade. Aber zweiter, komm. War gut, war gut. Oh. Let's go, Alter. Jetzt fehlen echt nur noch 22 Pokale, Mann. Nice. Oh, lol. Der Mate ist gerade in dem Moment gestorben, schade. Aber egal, sollten wir haben. Yo. Oh, wie er Team will, ne? Pass auf, Mr. Pee mit 9 und... Oh, mein Gott. Ja, links auch mit 9. Okay, wir müssen auf die Links gehen. Ja, aber nicht kreuzweise. Okay, ich hab verkackt. Das tun wir echt live. Ich hoffe, wir werden zweiter. Ja, komm. Nein! Die zählen durch, die zählen durch. Let's go. Okay, aber der geht drauf. Das heißt, oder? Ja, komm, nice. Alter, wenn die den jetzt nicht... Junge, das sind solche Assis, Alter, ganz ehrlich. Das wäre ja so assi gewesen. David? Ja, gut, das... Keine Chance. Aber... Alter, das wäre ja jetzt so eckig gewesen. Junge! Die wollten... Digger, das ist... Unkorrekt. 16 Pokale noch. Junge, wer war das? Wer war das? Oh, mein Gott. Unten links, Pieper. Oh, nein. Keine Piper. Das ist jetzt der Mäge. Wir müssen trotzdem noch rum. Komm, dann hier oben rum so. Ja, ja, ja. Digga, das ist so RIP. Nein. Nein, nein, nein. Es ist so lächerlich, ey. Weißt du, das ist für eine Piper, man. Junge, ist das belastend, ne? Ey, Digga, das ist doch nicht der Ernst. Und alle gehen wieder nach rechts, nur auf uns. Max ist einfach so, okay, die spielen halt zwei, einfach zwei, okay, Baller. Ja. Oh, die Cubes hier. Nice. Jetzt kommen nachher noch die hier drauf, die sind perfekt. Ich bin tot. Shit. Komm, hol den links. Nein, der hat ein Heeldingens. Okay. Nice. Ja, hast du, oder? Ja, ja, komm, easy. Lass noch Erster werden. Aufentspannt. Let's go. Ich bin jetzt auch wieder da. Ja, ich hab den Seeldingen. Korrekt. Ich hab jetzt übernommen in den Dings geholt, nice. Ja, war eine starke Runde. Okay, plus sieben. Oh mein Gott. 16 Pokale wieder, ja, bei der Situation waren wir schon. Aber jetzt machen wir plus. Jürgen, diese Spawns, also, wir haben halt echt so ein Pech mit diesen Kisten. Das ist echt. Ich hab alle anderen Teams viel höher als hier. Okay, oder warte mal, okay, deine Mark oben. Komm, du holen wir. Let's go, sehr wichtig. Auf die anderen Kisten? Ja. Bleib du ein bisschen zurück. Nee, oder? Okay, ich wollte nur wegen Ticken, bisschen. Ja, ja. Okay, das Option-Tank, ja. Okay, Ult ready, zack, sitzt und los geht's, Digga. Das muss hier rasiert werden. Ich warte, ich komm zu dir rüber. Daryl hat Ult oben rechts. Dann geht es zu dir. Wir können hier gehen nach oben. Okay, ich werde trotzdem nicht so schnieke. Oh, rechts, Shelly? Das ist gut, mit Tickets. Gut, dass der Pinguin da war, ne? Ich hätte es sonst, äh... Ich holst du? Ich hätte es sonst echt nicht gehabt. Wir kommen, mein Spawner ist gleich weg. Egal, ich muss einen neuen Farben. Okay, sehr gut. Nice, die sind weg. Spawner ist bei mir auch weg, aber... Oh, ja, steht schon. Ich fand sogar perfekt den Ticken für dich. Oh, mein Gott, links unten. Ja, wir können jetzt gehen. Stark. Komm. Let's go, nice. Showdown. Und die sollten wir haben. Ja, die haben auf dir zu sein. Perfekt. Nice. Okay, komm. Ah, war da? Ist noch nicht ganz? Nicht zu früh freuen. Okay. Aber haben wir... Okay, perfekt. Das heißt, jetzt noch, äh, 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 neun Pokale. Oh, mein Gott, Digga. Alter, neun Pokale noch. Let's go. Jetzt darf halt kein Loose mehr reinkommen oder kein dritter Platz. Das wäre halt optimal. Spawner steht, das ist auch nice. Ja, gute Voraussetzung. Oben rechts, oben rechts, oder? Brauchst du? Ja, ich muss erst unten zeigen. Okay, es zeigt. Oben rechts, weil wir warten auf den nächsten Pinguin, dann wissen wir genau, wo. Okay, dann kommt ihr. Sehr starker Pull. Okay, schade. Oh, nein. Sogar eine Shelly, Mann. Unlucky. Oh, Mann, und jetzt wird sie nicht... Oh, Gott, okay. Ja, aber waren wieder Free Cubes, das ist lecker. Ja, trotzdem. Ein mehr gewesen, weil ich... Stark. Mr. Pee und Poco sind das, oder was? Ja, ich bin ein bisschen hoch, dann kann ich einen wegholen. Spawner ist schon mal down von denen. Oh, Gott. Nein. Ich habe ihn hier gehabt. Die haben schon wieder einen neuen Spawner. Ja, lass mal hier bleiben einfach, ein bisschen Druck machen. Wir müssen halt mal rausfinden, wo die anderen sind. Ja. Fuck, ey. Links unten sind halt die ganz Schwachen. Ah. Na gut, die werden jetzt... Nein, Spawner setzen. Okay, let's go. Könnte spannend werden. Wird auch auf jeden Fall spannend. Nein. Nein. Ah, Belastung. Ja, gut, das wird dann. Oh. Ja, ich bin ein Poco hier. Oh, nice. Auf ein Poco? Nein. Oh, gut. Ja? Nice, stark. Ganz einfach chillen. Warum killt er dich nicht? Er hat dich killen können. Ja! Oh, nice. Geil, okay. Ein Game noch. Oh, mein Gott. Wir sind ein Game, warte mal, ein Pokal, nee, zwei Pokale. Oh, ich auch. Perfekt. Okay. Komm, jetzt einmal Zweiter werden, dann haben wir es beide sogar geschafft. Alter, come on. Bitte. Jetzt. Flawless. First Try. Ich will jetzt hier nicht, ihr kennt das, Leute, selber. Ihr kennt das safe, wenn ihr irgendwie eine Grenze gerade überschreiten wollt. Es ist fast immer so, dass man dann struggelt. Aber bitte, bitte, bitte. Diesmal einfach ein safe, easy Game. Zack, sechs Pokale. Zack, tausend Pokale. Zack, let's go. Okay. Alter, das dauert auch schon wieder Ewigkeiten, ne? Mhm. Boah. Dann bitte einfach füllen das mit Randoms auf. Supercell, gönn einfach mal. Einfach ganz viele Randoms, die insgesamt jeder 15.000 Pokale haben und vielleicht einen Brawler auf 900 haben. Und dann ist es auch gut. Dann gewinnen wir das. Ja, ein Random ist schon mal da. Ich glaube, die Zuschauer können sich auch kaum vorstellen, dass das Matchmaking echt so lange dauert. Ja, also real talk, Leute. Das war jetzt, gut, jetzt wird es halt immer länger dauern, desto höher man kommt. Aber teilweise haben wir jetzt wirklich so, also im Schnitt würde ich sagen, schon eine Minute, bis es losgeht. Vielleicht noch zwei. Ja, so zwei Minuten. Und das noch Showdown in 3 gegen 3, würde man jetzt mindestens schon fünf Minuten warten. Da sind bis jetzt, glaube ich, nur Randoms drin. Geht los. Das letzte Team, ja. Okay. Okay, gut, das bohren. Bitte, gönn, Digga. Das ist schon mal in Ordnung. Es leckt. Ne. Okay, Junge. Kisten, gut, das bohren. Ist aber nicht so nice. Ja. Aber immer in die Kisten. Ja, komm. Kisten. Jetzt nach rechts und ein bisschen da kamen nach rechts. Okay, unten ist ein Baum. Also Mitte, meine ich. Okay, vorsichtig sein. Hier könnten sich ja welche bekannt haben. Hm. Schaut nicht so aus, ne? Dann nach unten, aber vorsichtig. Alles hier langsam abtasten. Wenn wir da jetzt in den Busch laufen und plötzlich ist weiter drin, Junge. Ja, es geht ja nicht, nach unten zu laufen. Da ist was. Spug? Ja, Spug. Ein, ein Cube. Okay, und Sandy kommt von links. Gehören die zusammen wahrscheinlich? Nein, die gehören die nicht. Nein, nein, die gehören die nicht. Okay. Ja, sehr gut. Warte, dann gehe ich mal von hier links ein bisschen, oder? Ja, aber nicht, nicht auf die Sandy. Ja. Ich sehe halt gar nichts, ne? Also vielleicht muss ich auch näher ran, aber... Nein, nein, nicht näher ran. Deswegen nicht, ja. Ja, verstehe. Ja, kommt da drauf. Okay, okay. Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Los geht's. Hopp. Heil dich, halte ich hoch. Ja, ich heil. Okay, Ulti ist aber gleich ready. Komm, lass mal nach unten wieder ein bisschen abchecken. Sie haben sich nicht getötet, ne? Ja, verdammt, oh, wir müssen weg, wir müssen weg. Wir müssen nach oben. Okay, Ulti ist aber ready. Ich setze turret. Okay, was sagt der Penguin? Links, Crow mit 7. Okay, das ist belastend. Boah, das ist so jetzt irgendwie. Wir müssen ihn doch auf den Claw. Ja, der ist aber fast down. Das war stark. Nein, ja, einer hat den gesaved. Belastend, ja. Das wäre geil gewesen, hätten wir den jetzt gehabt, aber kann man nichts machen. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, come on, bitte. Die unten, die haben gut Damage kassiert auf jeden Fall schon. Ich regeneriere mal wieder. Okay, unten Sandy. Pusht immer näher. Ja? Nice. Let's go, Digga. Neu, jetzt neustre wird. Nach oben aber. Hier so hin. Noch ein Team, nur noch ein Team. Dann haben wir's. Als ob der auf dich drauf jumpt. Ja, wir haben's. Yes, Digga. Oh mein Gott, dieser alte Shot. Ich hab einfach nur, ich musste ihn einfach nur noch wegholen und das war's, Leute. Oh mein Gott, Digga, es hat wirklich funktioniert. Jungs, Mädels, die hast du den ersten Brawler auf 1000 Trophäen gepusht. Alter, das, ja, das ist jetzt auf jeden Fall Erleichterung pur, Leute. Ich hab's geschafft, erster Brawler auf Rang 30. Oh mein Gott, das war so ein Getry-Harder. Also wir haben jetzt wirklich 4 Stunden und 30 Minuten durchgehend gepusht mit natürlich sehr, sehr langen Pausen immer dazwischen, wo wir halt warten müssen, dass das Game losgeht. Aber ey, wir haben's geschafft. Du bist jetzt auch genau auf 1000, ist auch jetzt zum ersten Mal Rang 30, der Brawler, ne? Genau, ja. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall auch an dich, ne? War auf jeden Fall geil. Leute, schaut auf jeden Fall bei High First vorbei. Link ist unten in der Videobeschreibung. Gönnt dem auch mal ein Abo dafür, dass er jetzt so kräftig supportet hat. Hast du noch, also, du kannst dir mal kurz ein bisschen noch Feedback zu meinem Spielweisen-Dings abgeben? Also, war auf jeden Fall ziemlich stark doch schon. Ein paar Kleinigkeiten noch mit einem Aim, manchmal ganz knapp daneben, aber auf jeden Fall dafür, also, dafür, wie viel du das Spiel spielst, auf jeden Fall sehr gut. Ja, das freut mich zu, danke auf jeden Fall. Okay, gut. Leute, dann würde ich sagen, das war's. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Lasst auch auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Und ey, wenn ich nochmal so ein Brawl of 1000 pushen soll, schreibt's mir in die Kommentare. Wir sehen uns bis dahin, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.